Weiter geht's mit unserer Mission. Wir spielen Spider-Man. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Fotopunkt und dann gehen wir zu Sandman und dann machen wir hier diese Hauptmission weiter. Das ist nämlich da, das Punkt. Aber dann gehen wir nochmal zu Sandman und dann nochmal einen Fotopunkt. Also, boah, ganz schön stressing hier. Ich sag's euch. Stressig, stressig. Gerade eben haben wir hier einen Tankwagen erstmal vor dem Explodieren gerettet. Ja, 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 ja. Uh, in Chinatown haben wir auch einen Fortschritt gemacht. So, wo ist denn dieser Fotopunkt? Ist der irgendwo oben? Oder wo ist der? Bist du der Fotopunkt? Nee, du bist nicht der Fotopunkt. Aha, hier ist der Fotopunkt. Aha. Wartet, wie? Wir müssen den Fotopunkt nochmal irgendwie hier so hoch gedrückt halten. Aha, wie die Schatz spielen. Ja. Perfekt. Und ich hab gedacht, der Dudu hier. Guck mal, der ist auch ein Fortschrittpunkt, oder? Now open. Wee. Jeder durfte ihn herausfordern. Und er hat gegen ein Kind verloren, das in meiner Nachbarschaft wohnt. Mann, sowas hab ich noch nie gesehen. Kass. Wie wahrscheinlich ist es wieder, dass du dich von der Hauptmission ablenken lässt? Tatsächlich sehr wahrscheinlich. Stand-Man! Ich bin am Start! Ja, der Kristall hat ich dir auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Ich wollte euch nicht wecken. Oh mein Gott. Wir müssen noch nicht kämpfen. Okay. 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 Mal alle. Ja, what? Wenn da jetzt nicht was Cooles drin ist, Leute. Boah, wehe. Kein Plan, ehrlich gesagt. Guck mal, wie schnell wir das hinbekommen haben, Leute. Jetzt nochmal. Oh nein. Überfall. Jetzt schnell zum Überfall, Leute. Aber wir machen noch die Hauptmission. Glaubt mir. Gut. Überfall machen. Wir müssen hier New York sicher machen, Leute. Das ist unser Job hier. Wo ist er? Wo ist er? Bom, bom, bom. Da. Mit dem Vogel zum Heilen, oh mein Gott. Oh, 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 Leute. Okay. Heilen, 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 heilen. Huh. Okay. Krankenwagen. Irgendjemand zum Krankenwagen wieder bringen. Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Um die Ecke. Oh Gott. Ich danke dir. Um die Ecke. 300 Meter. Was hast du erfahren, Moritz? Hat das was mit dem Gang zu tun gehabt? Moment. Ja, ich verstehe nicht. Was ist das für ein Wort? Ist das Deutsch oder was ist das für ein... Ich habe das Wort noch nie gehört. Was ist das? Hier. Boom. Punkt Landung. Ambulance. Ja, klar. Und die liegt dann auch genau so da, ne? Ja, Deutsch. Okay, das ist aber komisches Deutsch. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Das Deutsch. Habe ich noch nie gehört. Das Wort. Halt ein Synonym. Ja, das würde ich auch mal sagen. Dafür braucht aber jeder Mensch erstmal so ein Fremdwörterbuch. Alter, das... Kennt ja kein Mensch. Hört sich nicht mehr an wie Deutsch. Woher kommt dieses Wort? Ja. Verkastel matukeln. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Never heard before. Stopp! Fotopunkt. Warte. Ich war da oben beim Fotopunkt. Ups, sorry. Sorry, Leute. Wo ist das? Alter, die reden hier schon wieder Spanisch. Ist ja geil. Voll die geile Stadt, Mann. Alle reden Spanisch. Wir haben Stadtmarken bekommen, Leute. Oh mein Gott, Stadtmarken. Wisst ihr, was das bedeutet? Ah ne, dafür brauchen wir Fertigkeitspunkte. Ah ne. Moment. Das da holen wir uns. Sonst können wir aber nichts mehr holen, ne? Ne. Okay, okay. Geräte. Aha, wartet mal. Ne. Jetzt machen wir den hier auch nochmal. Ah, dürfen wir noch gar nicht. Okay, gut. Und dann tun wir den hier auch erstmal verbessern. Nice. Nice. Okay, können wir hier auch noch was verbessern? Oh, wirklich können wir nichts verbessern, Leute. Okay. Anzug, Technologie. Technikteile, Stadtmarken. Ah, wir brauchen schon wieder Technikteile. Nee, wie viele Technikteile brauchen wir denn? Das ist so krass. Ja, Mann. Social Media Beste. Das sagst du immer wieder. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, jetzt springt der. Wie cool ist das denn? Okay, was geht hier so auf diesem Container Schiff? Auf jeden Fall sehr praktisch. Oha, Speedboat! Wie cool. Oh mein Gott, da vorne ist Sandman. Okay, Leute. Oh. Nee, wir gehen jetzt erstmal zu Sandman. Wir sind direkt bei Sandman. Leute, Time Management, die ist das, Anna nass. Also wir können ja nicht hier tausend Sachen rechtzeitig machen. Eine Überraschung! Ich hab doch nicht Geburtstag! Ich versuch's durch, zu helfen! Okay. Okay. Gott, Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben einen. Wehe, da ist nichts was drin. Bumm. Achtung. Aber der Kristall ging irgendwie ein bisschen anders raus, ne? Ich hätte ihm geholfen, wenn ich von seinen Problemen gewusst hätte. Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Raft gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Kavalaus, aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst, mach weiter so. Wartet mal, wir machen Sandman, dann ist sie doch irgendwo noch im Fotopunkt. Aha, einfach geradeaus. Wusstest du doch, dass da noch irgendwas war? I remember. Da ist der Fotopunkt. Okay, was glaubt ihr, was es diesmal zu fotografieren gibt? Oh, oh, verbrechen!